Mit diesem Trainingsvideo können Sie sich ganz einfach auf Rudex registrieren, Pritzmünzen auf dieser Börse kaufen und sie auf Ihre persönliche Geldbörse abheben, die Sie mit diesem Video erstellt haben. Sie können dieses Video ohne Monetarisierung auf Ihren Kanal herunterladen. Klicken Sie unter diesem Video auf den Link, um sich an der Rudex-Börse zu registrieren hat ttps.doppel-slash-market.rudex.org Gehen Sie auf die Website der dezentralen Börse. Die Börse fragt nicht nach Ausweisdaten, Telefonnummer oder E-Mail, um Ihr Konto zu registrieren. Diese Börse der neuen Generation ist auf ihrer eigenen Blockchain aufgebaut. 100% Anonymität Ihrer persönlichen Daten 100% Anonymität Ihrer persönlichen Gelder an der Börse 100% Anonymität über Ihre Transaktionen Es gibt nur Limits für die minimale Einzahlung und Auszahlung Es gibt keine Limits für die maximale Ein- und Auszahlung Die Börse ist auf CoinMarketCap und CryptoVisa gelistet. Klicken Sie auf das Wort Beginnen Sie mit dem Handel Wir überlegen uns einen Spitznamen für Ihr Konto und fügen ihn in dieses Feld ein. Dieser Spitzname befindet sich am Ende Ihres Empfehlungslinks. Die Börse hat Ihnen einen privaten Schlüssel gegeben. Dieser Schlüssel wird Ihnen nur einmal bei der Registrierung angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Ihnen gegebene Passwort in die Zwischenablage zu kopieren. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste und erstellen Sie ein Textdokument. Wir geben den Namen des Dokuments an. Zum Beispiel Rudex Exchange. Fügen Sie die kopierte Passphrase und den Spitznamen Ihres Kontos an der Börse ein. Achten Sie darauf, drei Punkte zu beachten. 1. Duplizieren Sie die Daten im Dokument. 2. Machen Sie ein Foto, Bildschirm und drucken Sie es aus. 3. Speichern Sie das Dokument und übertragen Sie es auf ein USB-Flash-Laufwerk. Wenn Sie es verlieren, können Sie Ihr Vermögen niemals von der Börse abheben. Kopieren Sie nun diese Passphrase aus dem Textdokument und fügen Sie sie in dieses Feld ein, um das Ihnen gegebene Passwort zu bestätigen. Das Passwort wird in dieser verschlüsselten Form auf dem Rudex-Server gespeichert. Ich verstehe, dass ich den Zugriff auf mein Geld verliere, wenn ich mein Passwort, das zweite, verliere. Ich verstehe, dass niemand mein Passwort wiederherstellen wird, wenn ich es verliere oder vergesse. 3. Ich habe mein Passwort aufgeschrieben und sicher gespeichert. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein Konto zu erstellen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Registrierung an der Börse. Klicken Sie im oberen Bereich auf Austausch. Sie werden zum Handelsterminal weitergeleitet. In der oberen rechten Ecke befindet sich Ihr Spitzname. Wählen Sie als nächstes Ihr Land aus, neben drei Streifen. Dies ist das Menü. Unten befindet sich ein Trollbox-Chat für die Kommunikation. Ganz unten im technischen Support. Klicken wir hier auf das Häkchen und entfernen den Chat. Wählen Sie nun ein paar für den Umtausch von USDT-Pretzen. Klicken Sie auf diese drei Streifen. Wählen Sie eine. Ein- oder Auszahlung. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ich habe mich kennengelernt. Dann auf die Schaltfläche. Machen Sie eine Einzahlung. An der Rudex-Börse ist es möglich, Kryptowährungen mit einer Visa, Mastercard oder SEPA-Bankkarte zu kaufen, wenn Sie Fremdwährungskonten auf Karten haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen hier und klicken Sie auf Kryptowährung von der Karte kaufen. Wählen Sie aus, in welcher Kryptowährung Sie in Bitcoin oder Ethereum auffüllen möchten. Um Bitcoin aufzufüllen, erhalten Sie diese Adresse. Wenn Sie sich für das Auffüllen in Ethereum entscheiden, lautet die Adresse wie folgt. Dann wird Bitcoin oder Ethereum auf USDT übertragen. Da der Pritzen-Krypto-Coin im Pritzen-USDT-Paar gehandelt wird. Wir wählen eine Auffüllung in Ethereum. Wir gehen niedriger. Der Mindestbetrag für die Auffüllung beträgt 0,01 Ethereum. Wir schreiben 2 Ethereum. Dies entspricht 3.911,57 Dollar. Die Auffüllung von der SEPA-Karte beträgt 3.547,82 Euro und von der Kartenbank 3.643,48 Euro. Wir müssen verstehen, dass es sich hierbei um einen ungefähren Betrag handelt. Der genaue Betrag wird am Ende der Transaktion angegeben. Um den Umtausch in eine andere Kryptomünze aufzufüllen, klicken Sie auf Gateway. Kreuzen Sie das Kästchen an. Ich stimme zu. Wählen Sie USDT. Lesen Sie die Anweisungen. Bitte senden Sie Ihre THRON oder TRC 20 Anzahlung an die unten angegebene Adresse. Der Mindestbetrag beträgt 10 USDT. Wenn Sie weniger senden, kommen die Münzen nicht. Die Adresse ist diese. Sie haben eine andere Adresse. Klicken Sie auf diese Schaltfläche und kopieren Sie die Adresse. Die Adresse wird kopiert. In jedem Browser schreiben wir BestChange. Wir sehen dieses Symbol. Dies ist die Überwachung von zertifizierten Tauschern. Klicken Sie auf. Du gibst. Wählen Sie eine Ihrer Banken oder elektronischen Zahlungssysteme. Zum Beispiel. PayPal USD Umtausch in Tether TRC 20 USDT. oder Advanced Cash USD Umtausch in Tether TRC 20 USDT. Jeder kann jeden Umtauschpunkt wählen, über den es in Ihrem Land am bequemsten ist, umzutauschen. Hauptsächlich. Hier wählen wir einen Tauscher, der keine negativen Bewertungen hat. Und wir achten auf die Reserve für den Umtausch. An der Spitze befindet sich die Profitabelsterate. Klicken Sie auf den ausgewählten Wärmetäuscher. Bevor Sie einen Deal abschließen, chatten Sie mit dem Betreiber des ausgewählten Tauschs. Überprüfen Sie mit ihm alle Details des Austauschs. Hier fügen Sie die TRC 20 Wallet Adresse ein, die von der Rudex Börse kopiert wurde. Ich wiederhole, Sie werden eine ganz andere Adresse haben. Die Benutzeroberfläche aller Tauscher ist unterschiedlich. Aber das Wesentliche ist die gleiche. Geben Sie den Betrag für den Umtausch von 80.000 Rubel ein. Geben Sie Ihre Kartennummer ein. Erhalten Sie 1.005.72 TRC 20. Geben Sie die Adresse ein, die von der Börse kopiert wurde. Geben Sie die Adresse dieser E-Mail ein. Denn ein Brief wird an die Post geschickt. Von dort aus müssen Sie die umtauschte Transaktion bestätigen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Börse. Wir warten auf die Wiederauffüllung von USDT an der Börse. Wir gehen zum Handelsterminal an der Rudex Börse. Wir wählen das Handelspaar Pritzen-USDT. Heute wollen Sie Coins an der Börse zu diesem Preis verkaufen. Klicken Sie auf den vorgeschlagenen Preis. Und er wird im Orderbuch zum Kauf angezeigt. Einfügen kaufen Sie für Dollar 5000. Wir erhalten 2.067.810 Pritzencoins. Kommission 2067.81 Pritzencoins. Klicken Sie auf Kaufen. Und so haben Sie die Münzen gekauft. Jetzt müssen Sie auf Ihr persönliches Wallet-Pritzen abgehoben werden. Dafür gibt es zwei sehr gute Gründe. Erstens, alle Kryptomünzen, die Sie an einer Börse gekauft haben, gehören nicht Ihnen persönlich, solange Sie sich an den Börsen befinden. Die Eigentümer Ihrer Coins sind die Eigentümer der Börsen. Das heißt, Sie haben Ihre Münzen treuhänderisch an Börsenmakler weitergegeben. Sie haben eine Passphrase von Ihrem Konto an der Börse, aber es gibt keine Passphrase von der Wallet, auf der diese Coins von Ihnen liegen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Münzen niemals abheben können, wenn die Börse einen Bissen nimmt oder Sie daran hindert, sich in Ihr Konto einzuloggen. Der zweite Grund, nachdem Sie Coins von der Börse auf Ihr persönliches Wallet abgehoben haben, startet Paramining, Generierung neuer Pritzencoins, automatisch. Das heißt, Sie erhalten den Gewinn in Münzen, nicht die Börsenmakler. Es gibt einen Service an den Börsen, um die Anzahl der Münzen zu erhöhen. Dieser Service wird Staking genannt. Es ist nicht sicher, da es sich hierbei um eine Treuhandverwaltung Ihrer Kryptoassets durch Fremde handelt. Prissen bietet den gleichen Service für Ihre persönliche Brieftasche. Sie wird als Haltefrist bezeichnet. Der Holt wird automatisch aktiviert, nachdem der erste Block von der Wallet in der Blockchain abgefangen wurde. Das günstigste Guthaben für das Halten 109.999 Münzen Klicken Sie auf Einzahlung, Auszahlung Wieder setzten wir ein Häkchen, ich stimmte zu, danach haben Sie eine Fortsetzung der Seite. Wählen Sie hier, Kryptomünze Pritzen, klicken, Schlussfolgerung, Widerrufsbelehrung Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um die Pritzen-Ausgabe zu öffnen. Es gibt ein Formular zum Ausfüllen. Getwegebühr für das Abheben von 400 Pritzmünzen Hier geben wir die Anzahl der Münzen ein. Heute, das Mindestguthaben für eine Auszahlung beträgt 1000 Pritzmünzen. Hier geben Sie die Adresse der Geldbörse ein, in die Sie die Münzen abheben wollen. Die Adresse sieht wie folgt aus. Wenn die Wallet, in die Sie Coins abheben wollen, mindestens eine Transaktion hat, wird der öffentliche Schlüssel automatisch geschrieben. Wenn Sie gerade erst eine Wallet erstellt haben und es noch keine Transaktion in ihr gibt, müssen Sie den öffentlichen Schlüssel selbst eingeben. Merken Sie sich das. Kein Tauscher wird Ihren privaten Schlüssel von Ihrer persönlichen Pritzenwallet abfragen. Wenn Sie zu Ihrem privaten Wallet zurückziehen, schreiben Sie es nicht. Wenn Sie Münzen bei anderen Börsen abheben, bei denen Sie eine Memo-Phrase erhalten, wird diese in dieses Feld eingetragen. Überprüfen Sie alle ausgefüllten Daten und drücken Sie auf Senden. Die Ein- und Auszahlungslimits an allen Börsen ändern sich häufig. Deshalb behalten Sie dies sehr sorgfältig im Auge. Wir gehen zu GitHub. Gehen wir nach unten. Klicken Sie auf den Link, gehen Sie zum Blockchain Explorer, der die Transaktionen der generierten Blöcke durch alle persönlichen Wallets aller Benutzer anzeigt. Wählen Sie eine beliebige Brieftasche. Zum Beispiel dieses. Kopieren Sie die Adresse und fügen Sie sie am Eingang der Online-Brieftasche ein. Nehmen wir an, Sie waren es, der diese Brieftasche aufgefüllt hat. 10 56 54 und in Ihrem persönlichen Wallet wurden bereits 77 423 Coins geschürft. Mal sehen, wie lange es dauert, bis dieses Wallet 77 423 Coins geschürft hat. Klicken Sie dazu auf diesen Button Wallet-Details. Wir sehen, dass die Brieftasche 427 Tage lang gesperrt ist. In dieser Zeit schürfte die Brieftasche dank Paramining 77 423 Münzen. 745 Münzen wurden nur am letzten Tag generiert, mit einem strukturellen Saldo unter dieser Brieftasche 13 307 428 Münzen. Zwei Tage vergingen. Das Wallet ist seit 429 Jahren in der Warteschleife Days. TD das Wallet hat 760 Coins pro Tag geschürft, und heute wurden bereits 79 014 Coins geschürft. Man sieht, wie schnell die Zahlen beim Paramining steigen. Sie sind der alleinige Eigentümer all dieser Münzen. Nur Sie können diese Münzen aus Ihrer Brieftasche abheben. Denn nur Sie haben die Passphrase aus dieser Wallet. Niemand wird Sie daran hindern können, Münzen abzuheben, die Sie überall und jederzeit abheben können. Keine Sanktionen werden Sie daran hindern können, dies in irgendeinem Land zu tun. Wenn wir uns dieses Diagramm ansehen, sehen wir, dass sich das Paramining umso schneller beschleunigt, je länger es keine ausgehenden Transaktionen aus der Wallet gibt. Und dafür müssen Sie Ihre Coins nicht in der Treuhandverwaltung, in Tauschpools einsetzen. Sie können die Geschwindigkeit des Coinminings in Ihrer persönlichen Brieftasche beschleunigen. Dazu müssen Sie Pritzencore, Knoten, auf Ihren Computer herunterladen. Wie lade ich Pritzencore herunter? Wie kann man den Download der Historie auf dem Node beschleunigen? Wie installiere ich Java 8U221? Wie lade ich ein Mod herunter, damit der Node alle Funktionen all Ihrer Schmiedebrieftaschen anzeigt? Das erzähle ich euch im nächsten Video. Abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine wichtigen Neuigkeiten rund um die Prism Blockchain verpassen.